Wir pflücken alle Pilze. Das sind alles Forschungsobjekte, die müssen wir inspizieren. Oh, ich will die Großen essen. Ich hab so'n Pfifferling, mach auch so'n Pilzpfanne. Blau, Lieder, Gelb ist mir so egal, ich nehm alle. Hast du'n roten Pilz gefressen? Ich hatte'n blauen und'n gelben gegessen, glaub' ich. Ah ne, Liedernen und'n blauen. Erstmal alle zusammen und guck mal, was passiert. Alle zusammen? Ach du Scheiße. Oh, es kommt Reiki-Musik. Alter, ich glaub' ich hab' die nächste Ebene auch rein. What the fuck? Es sind wirklich alle Pilze auf einmal. Alter, was ist hier los? Ich kann Pappen riechen. Oh my god. Ich kann hier lenken. Was ist hier los?